Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wort zum Sonntag. Heute aufgenommen am Montag, aber wie ein Twitter-Nutzer richtigerweise festgestellt hat, heißt es ja nicht Wort am Sonntag, sondern Wort zum Sonntag. Also in diesem Sinne entschuldigt bitte die Verspätung, aber es war dieses Wochenende einfach nicht anders möglich. Wie in meiner letzten Folge versprochen, möchte ich mit euch natürlich auf das SPD-Mitgliedervotum schauen. Wir haben ein Gewinner-Duo, da möchte ich ganz kurz natürlich auch noch nach Europa schauen und zwar auf die Debatte rund um den Brexit. Da haben die Brexit-Hardliner, die Brexiteers mal wieder so richtig gezeigt, was von ihnen zu erwarten ist. Großartig. Und dann möchte ich mit euch ganz kurz auf den Haushalt der Europäischen Union für das nächste Jahr 2020 blicken. Aber lasst uns direkt anfangen mit der Frage, wer wird eigentlich SPD-Vorsitzenden-Duo? Und diese Frage ist entschieden. Also noch nicht ganz offiziell, denn das muss der Parteitag am Wochenende erst noch bestätigen. Aber sozusagen der wichtigste Schritt ist getan. Unser Mitgliedervotum ist zum Ende gekommen. Es haben sich 54 Prozent der SPD-Mitglieder in der letzten Runde beteiligt. Das sind ungefähr 117.000 gültige Stimmen. Und davon empfehlen 53 Prozent auf Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans oder auch etwas einfacher zum Aussprechen Novabo. Und diese beiden sollen jetzt also das SPD-Duo werden. Und ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Das zweite Duo, Olaf Scholz und Klara Geiwitz, haben 7,7 Prozent ungefähr weniger bekommen. Also es gab einen deutlichen Abstand auch zwischen beiden Teams. Und damit schlägt der SPD-Parteivorstand dem Parteitag, der jetzt wie gesagt von Freitag bis Sonntag in Berlin stattfindet, mit Novabo und Saskia als neues Spitzenduo für die SPD vor. Was bedeutet das jetzt? Für die SPD kann man sagen, dass wir ein neues Verfahren ausprobiert haben, das lange gedauert hat. Ja, das glaube ich aber so viele Mitglieder beteiligt hat wie lange nicht mehr. Und ich glaube, daran liegt auch die Stärke. Das neue Führungs-Duo kann sich jetzt darauf berufen, dass über 115.000 SPD-Mitglieder für die beiden gestimmt haben. Und nur mal zur Erinnerung, das sind mehr Mitglieder, als zum Beispiel bei den Grünen überhaupt in Gänze sind. Also insofern, wenn die Presse jetzt schreibt, dass das alles so ein schlechtes Verfahren war, ich glaube, dass das unfassbar demokratisch, basisdemokratisch war. War ein bisschen lang vielleicht, aber das war einfach daran geschuldet, dass wir auf den Regionalkonferenzen viele Menschen mitnehmen wollten. Und wir haben gesehen, dass diese Regionalkonferenzen auch immer voll waren. Also entgegen allem, was geschrieben wurde, das wird sowieso nichts und so weiter, waren da wirklich ganz, ganz viele Leute da. Und am Ende haben jetzt halt auch 54 Prozent mitgemacht. Was bedeutet das für die Bundesrepublik? Es gab ja so ein bisschen den Vorwurf, dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigen würden, was ja irgendwie nicht stimmt. Nebenbei hat die Große Koalition weitergearbeitet. Also es gibt zum Beispiel einen Kompromiss zur Grundrente, den ich ja hier auch schon besprochen habe. Ich verlinke es euch nochmal. Es bedeutet jetzt erstmal für die Große Koalition nichts. Gleichwohl wird auf dem Parteitag diskutiert werden, wie es denn jetzt eigentlich mit der Großen Koalition weitergehen soll. Und wer gestern Anne Will gesehen hat, wird gesehen haben, dass es ganz, ganz große Bedenken darüber gibt, darüber zu reden, ob man mal so eine Halbzeitbilanz macht. Was irgendwie absurd ist, denn im Koalitionsvertrag selber steht ja drin, dass die Parteien ihre Arbeit bewerten und dann schauen, wie es weitergeht. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Bei dem Punkt, mal schauen, wie es weitergeht, wird der Parteitag der SPD, der Fraktion natürlich einiges ins Hausaufgabenheft schreiben, was man erwartet, was die Mitglieder im Bundestag umsetzen. Und dass die GroKo jetzt automatisch geplatzt ist, weil Saskia und Novabu gewählt wurden, ist natürlich nicht wahr. Aber richtig ist auch, dass die beiden gegenüber der Großen Koalition, wie ich finde, zu Recht sehr kritisch sind. Aber der wichtige Punkt ist, das wird der Parteitag entscheiden. Und jetzt nochmal drei Sachen, die Novabu und Saskia wollen. Zum einen soll der Mindestlohn steigen auf 12 Euro. Kann man sagen, unfassbar linke Politik. Oder aber man sagt, das ist gerecht, dass Menschen für ihre Arbeit auch Kohle bekommen. Und nebenbei, das schlägt zum Beispiel auch Boris Johnson vor. Zweiter Punkt, das Klimapaket soll nachgebessert werden. Und auch da sind die beiden nicht alleine. Nicht nur, dass das zum Beispiel auch der niederländische Regierungschef sagt oder der französische Regierungschef. Es sagen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also auch hier jetzt irgendwie kein Schreckgespenst unterwegs. Und der dritte Punkt ist, die beiden wollen, dass der Staat von den Überschüssen, die im Moment erwirtschaftet werden, mehr Geld in Infrastruktur steckt. Zum Beispiel in den Ausbau des Schienenverkehrs. Oder in die Bildung und Digitalisierung steckt. Und guess what? Auch das ist gar nicht so radikal. Denn selbst der IWF, und der ist nun wirklich nicht im Verdacht links zu sein, sagt, Deutschland muss das tun. Also insofern sind das Forderungen, die ich absolut unterstützen kann. Und wenn diese Forderungen durchgesetzt werden sollen, dann glaube ich, ist es richtig, dass diese beiden an der Spitze dieser Partei stehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das Mitgliederratum war gut. Es wird gute Impulse nach vorne geben. Und ich glaube, dass das Verfahren auch richtig war. Aber sagt mir doch gerne mal, was ihr glaubt. War es richtig? War es richtig, das so zu machen oder nicht? Bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich mir nochmal einen Tweet von Kaline anschauen. Kaline arbeitet bei der SPD am Newsdesk. Und sie hat diesen Tweet hier veröffentlicht. Und Kaline macht damit das Dilemma der SPD sehr deutlich. Hätten Klara und Olaf gewonnen, hätte es geheißen, kein Wechsel, SPD ist dem Untergang geweiht. Jetzt haben Novabo und Saskia gewonnen, jetzt heißt es Rote Revolution, die SPD ist dem Untergang geweiht. Und dass sie damit nicht ganz völlig im luftleeren Raum herum spekuliert hat, zeigen die folgenden Schlagzeilen der NOZ, der FAZ zum Beispiel, aber auch der BILD. Und alle diese Schlagzeilen sagen SPD mit dem neuen Führungsduo dem Untergang geweiht. Das Schöne ist, hier in meiner digitalen Blase erlebe ich genau das Gegenteil. Insbesondere viele junge Menschen glauben, dass das genau der richtige Weg ist. Und nach diesem doch etwas längeren Teil zum SPD-Parteivorsitz, Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik dazu bitte einfach in die Kommentare. Ich versuche, die zu beantworten. Schaue ich jetzt noch einmal auf die europäische Politik. Und jetzt schauen wir gemeinsam nochmal auf den europäischen Haushalt. Die Europäische Union beschließt jedes Jahr, wie viel Geld im nächsten Jahr ausgegeben werden kann. Da gab es letzte Woche oder vorletzte Woche eine Einigung. Letzte Woche haben wir im Parlament jetzt endlich darüber abgestimmt. Das war gerade noch rechtzeitig, damit wir im nächsten Jahr sozusagen Geld auch wirklich ausgeben können. Und wir haben beschlossen, dass wir 500 Millionen Euro mehr für Klimaschutz ausgeben. Ich finde, das ist richtig, aber das ist natürlich nicht genug. Die Mitgliedstaaten wollten uns aber nicht mehr Geld zur Verfügung stellen. Damit kommen wir nicht an das Ziel heran, 20 Prozent der Haushaltsmittel tatsächlich für den Kampf gegen den Klimawandel auszugeben. Und ich finde, das muss sich ändern. Und insofern müssen die Mitgliedstaaten auch bereit sein, mehr Geld nach Europa zu überweisen. Denn diese jährlichen Haushaltsbeschlüsse, also jetzt 2019 für 2020, 2020, dann für 2021, sind eingebettet in einen großen Rahmen, der sich nennt mehrjähriger Finanzrahmen, schwieriges Wort. Und dieser mehrjährige Finanzrahmen ist immer für sieben Jahre angelegt. Und für diesen mehrjährigen Finanzrahmen entscheiden die Mitgliedstaaten, wie viel Geld sie zur Verfügung stellen wollen. Und da sind die Mitgliedstaaten leider sehr zurückhaltend. Gleichzeitig wollen sie, dass wir diese großen Aufgaben lösen. Und insofern ist mein Appell, damit wir wirklich noch mehr gegen den Klimawandel tun können, brauchen wir tatsächlich auch am Ende des Tages Instrumente, die über Geld finanziert werden müssen. Und deswegen, liebe Mitgliedstaaten, macht euch bitte nochmal Gedanken und lasst uns gemeinsam den Klimawandel bekämpfen. Und jetzt zum letzten Thema. In der Plenardebatte in Straßburg ging es auch mal wieder um den Brexit. Eigentlich in einer ganz anderen Debatte. Aber die grünen Kollegin Molly Scott-Carto hat dort geredet und hat gesagt, es gibt tatsächlich den Climate Emergency, den Klimanotstand. Und sie sagte, wir dürften, sollten jetzt nicht immer über den Brexit reden. Der Brexit ist natürlich auch ganz schlecht für das Volk und so weiter und so fort. Daraufhin meldet sich der Brexiteer Robert Rowland und fragt sie das Folgende. I'd just like to ask, Mrs. Scott Cato, what empirical proof she has that the end of the transition period, when we will believe in the European Union, hopefully on a Canada Plus style trade deal, will result in a cliff edge, when as far as I'm aware she does not have any degree in economics or maybe she has some business experience that will give some empirical proof that that would be the case. So, also er will wissen, was qualifiziert dich eigentlich dafür, diese Aussagen zu treffen? Das ist ihre Antwort. Ich finde, das ist mal wieder so richtig typisch. Er wirft ihr vor, ey, du hast gar keine Expertise und sie sagt, hallo, ich bin Professorin in genau diesem Bereich, was willst du eigentlich? Und das ist einfach exemplarisch, wie die Debatte rund um den Brexit läuft und ich wollte euch dieses kleine unterhaltsame Element nicht vorenthalten. Das war mein Wort zum Sonntag. Dieses Mal ein bisschen SPD-lastig, aber ich glaube, das ist auch angemessen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik zu diesem oder anderen Thema habt, kommentiert es hier bitte oder wir sehen uns auch mal wieder in Twitch-Livestream. Würde mich auch freuen. Schaut ansonsten gerne auf Twitter oder diesem Instagram vorbei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch besonders gut gefallen hat. Freue ich mich natürlich auch für ein Abonnieren dieses Kanals. War das ungefähr richtig? Naja, keine Ahnung. Und aktiviert, wenn ihr schon dabei seid, auch noch die Glocke. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.